Sagen sind feierende Enden, denn dann sagen wieder feiere auf Ich mag ja gern die Grieche schon, die klingen so versammt Sagen sind feierende Enden, denn dann verdau'n wieder feiere auf Schau'n doch mal, was geht, mach'n so witz und seh'n auch Sagen sind feierende Enden, denn dann verdau'n wieder feiere auf Den Ton könnte man auch so'n bisschen aufs nächste Thema münzen Kurzwelle ist zwei Jahre in, dann ist Kurzwelle wieder zwei Jahre out Schon krass, was sich manch einer auf der Welt da traut Das Northern Territory, also das Nord-Sitturium Australiens ist ungefähr viermal so groß wie Deutschland Allerdings leben da nur ungefähr 244.000 Personen auf dem Gebiet Normalerweise erfährt man über diese Region in den hiesigen Medien ja nicht Nicht wirklich viel, aber im Moment rumort es da im Outback Zumindest radiotechnisch ganz schön Denn die öffentlich-rechtliche ABC, die Australian Broadcast Corporation Die hat verkündet, zum Ende diesen Monat den Radiosendungen auf Kurzwelle Für diese Region den Daft abzudrehen Und das ruft die lokale Bevölkerung auf den Plan Und wir schauen mal, was da eigentlich los ist Paulina Milling ist jetzt bei mir im Studio, Paulina Was passiert denn gerade da im Outback zwischen Dalgin und Alice Springs?